Hallo und Herzlich Willkommen zum Advances Friday Ich habe mir gedacht ich spiele hier Heroes of the Storm ja mal wieder, ich glaube letztes habe ich das auch gespielt ich wusste was ich sonst spielen sollte 8 Queste wollte ich gerade anschauen da stand dann Krieger, Spezialist und 3 Spiele gewinnen ok dann würde ich mal sagen wir suchen uns schnell mal einen Spieler aus gegen KI KI machen wir Recruite und wir brauchen Kriegerspezialist äh, was für Krieger habe ich denn hier ich habe hier einmal den und die beiden äh, 3 die 3 die habe ich noch gar nicht gespielt ich glaube den nehmen und Spezialist habe ich den achso ich muss den Trier noch weg machen ach nur den dann nehmen wir den hier so gehen wir mal schnell ins Spiel rein und schauen ob wir gewinnen das war meine Lieblingsrunde mit den Gold einsammeln macht nur voll Spaß so mein Internet ist heute irgendwie wieder lahmarschig weiß nicht warum ich ich hatte gerade schon Overwatch runter gezogen das hat bei mir eine halbe Stunde gedauert normal würde ich sagen wer schneller geht dann ich immer unter essen 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 bleib stehen ach ne ja ich gebe euch noch 10 Sekunden 5 4 3 2 1 lass die Schlacht beginnen essen und mein Handy ist mal wieder am klälen so dann machen wir jetzt erstmal schauen da oben kommt dann eine Truhe nachher hin Lieber Clown... Oh ne... Internet schon wieder fast weg... Jetzt ist hier ein Nummer... So... Ach, das tut mir schon wieder... So... Ich schneide die drei Münzen abgehen... Ich brauche sie nicht angreifen, wenn ich sterben sollte... Wir sind... Wir haben auch nicht geschossen... Ich helfe nicht zu... Mein Talent, egal... Ich nehme das erste... Ich wicke, Essence, please. Das reicht. Immer noch nicht umsonst. Wachsache. So, jetzt hau ich mal ab. Ist das ein Hund, oder was ist das? Was weiß ich, woher ist. Ist das vom Diablo? Da kann ich viel reiten. Scheint auch nicht. Egal. Egal, egal. Eine Moritz-Fähigkeit. Okay. Wir sind jetzt schon Level 7. Wir sind schon halb, wenn wir verrückt waren, damit der Computer sie nicht mehr regenerieren kann. Dafür ist das gut. Der Heldenkipps ist ein, führt zwar durch, ein Korbis zersetzt, und ist zwei Wickeln da unten drunter. Immer auf die Arme schreien. Oh. Oh. Nein. Schick schick. Schick schick. Was ist das? Nachricht muss ich gleich noch schauen. Aber jetzt ist die Runde zu Ende, was vorbei ist. Ach je. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja genau, da geh ich jetzt hin. Glaub nicht. Gucken wir es mal. Gucken wir es mal. Gucken wir es mal. Gut, es hat geklappt. Das wird nicht dauert, bis wir da sind. Gucken wir es mal. Gucken wir es mal. Gucken wir es mal. Die Rushen jetzt zu durch. Also, meine Leute. Das muss ich mal gleich ausprobieren. Oder mehr. Stimmt. Ach, das steht mit wem wieder her. Gucken Sie mal. Ich muss mal zurücknehmen. Gucken Sie mal. Ich bin so klar. In der Falle sind wir das weiter. Also, das ist kein Wichtig. Waren nicht im Koffer. Es ist nicht falsch. Ihr bringt es nicht. Die Musik geht. Es ist nicht mal zu. Er hat einen Erinnerang hatte. Wir sind die Flut, der Feind ist Treibheit. Kümmer dich nach. Oh, da ist die Kiste. Doch hier ist eine Kiste. Ne, schlag doch, schlag, schlag und schneller schlag. So, jetzt gebe ich die Munzen ab. Na gut, danke nicht. Jetzt geht der Spaß los. Alles geht schon von Asche. Ha, 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 ha. Ah, das ist die Flut. Wir sind 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 schon weg. Dann gehen wir jetzt wieder ein. Wir sind hier noch schnell kaputt. Oh, schön. Wollt gleich noch mal schießen gehen. Passt doch die Faust aufs Auge. Ach, Assmutter. Oder Assmut an. So. Und Pausing. Wir haben eine Abmachung. Schickt diese Küstenschiffer zu den Heiden. Das war die Flut. Das ist das für mich. Das war die Flut. Das war die Flut. Das war die Flut. Das war die Flut. Ich habe die Flut. Wir sind die Flut, der Feind ist Drei-Paltz. 1 Minute 20 kommen sie wieder. Ich will mitmachen. So, ich würde mal sagen, jetzt sind sie dran. Oh, das ist die Flut, die Flut. ja das war die runde mit heroes of the storm ich hoffe euch hat die runde gefallen ja und dann würde ich sagen bis nächstes woche montag oder bis mein vlog fällig ist aber ist das jetzt sicher das ist ok von starcore egal aber das ist die runde mit heroes of the storm ich hoffe ihr habt den spaß gehabt ich freue mich wenn ihr euch in der nächsten video seid bis dann wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen ciao